Der Gutachter der Landesregierung soll vollen Zugang bekommen zu allen Unterlagen. Das heißt, er bekommt mehr Zugang zu den Unterlagen als die Parlamentarier dieses Hauses. Das ist eine Unverschämtheit, die dürfen wir als Parlament nicht stehen lassen. Vor allen Dingen ist ein bestellter Gutachter eins nicht, nämlich unabhängig. Ja, da komme ich jetzt zu, Frau Ministerpräsidentin, denn Artikel 30 der Landesverfassung sagt, die Kontrolle der Landesregierung liegt beim Parlament. Und deswegen, wir haben es vorhin schon gehört, und deswegen fordere ich hier offen die Kollegen Laschet und den Kollegen Lindner auf oder auch den Kollegen Stamp. Lassen Sie uns zusammensetzen, gleich zusammensetzen und lassen Sie uns diesen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss fordern. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass die Landesregierung einem externen mehr Zugriff gewährt auf Unterlagen als den Parlamentariern dieses Hauses. Wir brauchen einen PUA, und zwar jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.